Jetzt bekomme ich langsam Hunger. Das ist ja hier ein seltenes Gefühl. Es dauert auch noch ein bisschen mit dem Essen. Denn heute muss ich selbst kochen. Mal sehen, ob das schmeckt. Aber in Tim Mälzers Kochschule, also wenn ich es bis jetzt nicht kann, gleich kann ich es. Früher, im Osten, haben unsere Mütter die Windeln in so großen Töpfen gekocht. Aber ne, heute machen wir Roti-Pete. Nora, du sollst kochen nicht essen. Kochen. Ab an den Herd. Und so soll das mal aussehen. Ich muss euch eigentlich sagen, wann ist man denn eigentlich komplett? Ich finde, ich habe das wirklich gut gemacht. Den anderen schmeckt es auch. Und, denke ich. Aber ich möchte jetzt in Ruhe essen. Danke. Nach dem Essen ist vor dem Essen. Und jetzt habe ich Abendbrot schon selbst gemacht. Da kann ich auch mein Eis selbst machen. Hallo. Ich hätte gerne ein Marcos Classic. Was ist das? Mit Marcos. Marcos. Und... Und Gold und Silber. Ja. Ja. Und Smarties. Und das ist noch das. smooth. Na gut, nicht? Das ist nicht so glücklich. Alles. Alles. Ich bin im Eishimmel. Guck mal.